Der neue König Heinrich III. wird in den Quellen als gutaussehend beschrieben. Er trug auch seinen Bart nach der neuesten Mode. Heinrich, geboren 1017, galt von klein auf als Hoffnung des Kaisertums. Mit 10 wurde er Mitkönig. Er heiratete mit 18 eine dänische Königstochter, wurde mit 20 schon Witwer und mit 21 König. Vier Jahre später heiratete er Agnes von Portou, mit der er sieben Kinder hatte. 1046 wird er in Rom zum Kaiser gekrönt. Heinrich war sehr religiös. Von klein auf lernte er, dass Herrschen bedeutet, auf das Gesetz zu achten. Eine weitere Devise lautete, Herrschen bedeutet Gottesdienst. Selbst sah er sich als Integrationskraft im Reich. Er musste Adelsinteressen ausgleichen. Unter Heinrich III. war das Papsttum in einer schweren Krise. Papst Benedikt IX. war 1044 aus Rom vertrieben worden und konnte sich nur mit Mühe gegen den Gegenpapst durchsetzen. Nach seiner Rückkehr vollzog er aber Ungeheuerliches. Er trat sein Amt gegen hohe Geldzahlungen an seinen Taufbaten ab, der als Gregor VI. 1045 Papst wurde. Als Heinrich davon Kenntnis erlangte, griff er hart durch. Dem Papst sollte wegen Simonie, also dem in der Kirche strengstens verbotenen Ämterkauf, der Prozess gemacht werden. Gregor trat zurück und Clemens II. wurde am 24. Dezember 1046 auf Druck des Königs gewählt. Er war Bischof von Bamberg. Heinrich schien das Papstamt damit aus den römischen Streitereien befreien zu wollen. Zugleich aber wurde es damit zu einer Institution der Saalischen Reichskirche. Am 25. Dezember 1046 erfolgte die Kaiserkrönung. Diese Vorgänge führten langfristig zu einer Neuorientierung der Kirche. Sie wurde nun erneuert, der wesentliche Primat entfaltete sich noch mehr und zugleich wurde das Kirchenrecht gestärkt. Vor allem im Hinblick auf Simonie und Priesterehe. Auch die Laien sollten zurückgedrängt werden und das klösterliche Leben wieder auf Gott ausgerichtet sein. Das alles hatte Heinrich freilich nicht beabsichtigt. Vielmehr bewegte er sich im Rahmen seiner Vorgänger. Heinrich III. wollte eine Kirche an der Seite des Kaisers und fügte der Übergabe des Bischofsstabes noch die Übergabe eines Ringes hinzu. Stärker als seine Vorgänger setzte er bei Bischofswahlen auf seine engsten Vertrauten und überging damit oft die Wünsche des regionalen Adels. Der Kaiser ging geradezu autokratisch mit der Kirche um, was nun in diesem Reformprozess zur Verfassung von Pamphleten führte. So lautete ein Argument, die Bischofsweihe führe zum ewigen Leben, während die Könung Königsalbum zum Töten ermächtige. Die Kleriker kamen immer mehr zu dem Schluss, dass die Gemeinschaft der Bischöfe für die Seelsorge zuständig sein soll und nicht der Kaiser. Dem König wird die Funktion eines Laien zugewiesen, der für irdische Gerechtigkeit sorgen sollte. In den letzten Lebensjahren häufen sich die Schwierigkeiten für Heinrich. Das Verhältnis zu anderen Königen verschlechterte sich, die Vergabe von Herzogsämtern entlitt ihm immer mehr. Die Adelsopposition erstarkte und es kam zum Beispiel in Lothringen sogar zu Aufständen. Erst 1050 kam der lang ersehnte Thronfolger zur Welt, nach heftigster Anrufung Gottes. Rasch musste nun die Nachfolge geregelt werden. 1053 wurde Heinrich IV. zum König gewählt. Bereits 1056 starb Heinrich III. mit nur 39 Jahren.